Hallo meine Lieben, ich habe heute ein XXL in Osmanwald für euch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video geschafft. Ich habe ein paar schöne Schnäppchen gemacht, schöne Label auch und viel Spaß. So, ich war zweimal da, vor zwei Tagen und vor drei Tagen. Ich war zweimal da, jeweils für einen Einkauf so eine, einmal servierten für 59, alles minus 10%. Einmal die und der andere Einkauf hatte ich die. Und dann, wenn man zwei Einkäufe kauft, kriegt man den dritten umsonst und der war für umsonst. Ja, Schnäppchen, braucht man nicht mehr servierten. Und gestern habe ich die geholt, da gab es, ich habe eine Empfehlung für euch und zwar Mark, der heißt Mark Guru oder so spricht man das so. Ich werde das hier einblenden. Das ist ein Cashback App auf Handy. Und da war, man kauft zwei Stück und bekommt jeweils für eine Packung 1€ zurück und die waren für 1,55€ und dann noch die minus 10%. Am Anschluss habe ich bloß 49 Cent für Tempofeuchtüche bezahlt. Ja, Schnäppchen, ne? Kamomile mit Candula und noch hier sanft und pur. Braucht man immer. So, dann gab es hier noch diesen, war im Angebot für 99, das heißt 89 mit 10%. Und zwei verschiedene Größen für die Kinder, für die Schule oder für sonst was, für Kleinigkeiten, für Zuhause. Anstatt 1,99, äh 1,29 war der für 99, dann minus 10%, 89 Cent. Dann gab es auch hier noch, äh, im Abverkauf diesen schönen Badezusätze. Einmal Badecreme von Kneipp, limitierte Edition, mit Kokos, Milch, Waffel für 70 Cent. Ne, für 50 im Abverkauf, grüne Label. Und die von CD, reines Detox, schaumendes Badesalz für 70 Cent. Eine für 50, eine für 70. Oder beide für 70. Ne, eine für 50, ich glaub die oder der. Ach, ich weiß nicht mehr. Ach, ich hab Kassenbunker verloren, ich weiß gar nicht wo ich das habe, aber ihr wisst schon Bescheid. Dann waren die auch im Abverkauf für 50 Cent jeweils. Einmal Insana Young Sweet Honey Maske Halle Hauttypen. Allein der Verpackung spricht mich sehr an. Und, äh, April Pea Maske Halle Hauttypen. Passt zu meinem Oberteil und zu meiner, äh, Schwitze wie sonst was. Äh, zu meiner Bluse und alles drum und dran heute. 50 Cent jeweils. Dann gab es auch hier Müllbeutel für die Toilette. 5 Liter für 59 Cent. Alles minus 10 Prozent. Dann habe ich für mich, weil ich immer äh, Jugend Kopf, äh, Kopfhaut habe. Diese, ähm, Shampoo Totes Meer mit pH 5,5 Neutral, äh, Insana Med, heißt der. Der war für 89, ja genau. Mal schauen, ob empfindliche Kopfhaut. Mal schauen, ob er mir riecht oder nicht. Er riecht ganz angenehm. Dann für meinen Mann war er immer zu Schuppen neid. Wollte ich, er hat zwar diese von Balea, äh, benutzen wir sehr gerne von, äh, mit Antischuppen. Aber ich wollte, äh, äh, ihm was Neues mitnehmen. Habe ich mich nicht für diese Insana Men entschieden. Extra Power ohne Silikon. Mit Tupfen extra normales Haar. Gab's auch für Fettiges oder für mich oder anderes. Da war noch eine andere verschiedene. Für 50 Cent. Und mein Schnapper da war eigentlich, ich zeig euch gleich. Und ich habe hier von diesen, äh, ähm, meinen geliebten Nussschnitte, habe ich mir sechs Mal. Ne, eins, zwei, drei, vier, sieben Mal. Zwei gab's für Mama. Und ich habe mir schon eins davon gegessen und die habe ich noch vier. Das ist Fruchtschnitte, Mandelnuss für 39 im, äh, Angebot. Ich kaufe immer da, weil ich liebe die Riegel. Ja. Dann mein Schnapper. Ne, kommt gleich. Von, äh, Son o Son, heißt der. Das war für 75, 65 Cent im Abverkauf. Auch nach dem, äh, Sonnbad oder sonst was. Riecht sehr angenehm. Ähm, und ja. Für 70 Cent, wie gesagt. April Schaum ist das. Mit knisternder Effekt für sofortige Erfrischung. Kühlend und beruhigend mit Panthenol. Genau. Dann gab's, ähm, ähm, gibt's bis morgen noch, ähm, 20% auf alle die Dorf, äh, Produkte. Und, äh, bei, auch wieder bei MarktGuru gibt's, äh, äh, 75 Cent. Wenn man, ähm, man kann pro Kunde, pro Konto 10, äh, Produkte von Dorf kaufen. Äh, ja. Und da kriegt man noch 75, äh, Cent. Das heißt, äh, der Normalpreis, dann minus diese 20% ist in der, ähm, Angebotswoche von, äh, Kostmann. Ich werde das heute versuchen hochzuladen, weil, damit ihr auch noch morgen zu Kostmann rennen könnt und vielleicht noch, ja, was abkriegt. Für 29 Cent hat das bloß gekostet. Und ihr fragt ihr, äh, ihr, ihr fragt euch wie? Ja. Angebot, äh, diese minus 20% im Prospektwoche. Dann, äh, dann noch die minus 10% für die Rossmann App oder in Papierform diese Coupons. Dann bei, wenn man, ich hab 10 gekauft, verschiedene, äh, bei Mark Guru gibt's noch hier 75 Cent. Das heißt, man kommt auf 29 Cent pro Deo. Habe ich verschiedene von meinem Mann, einmal zwei gleiche. Insgesamt 10 habe ich geholt, wie gesagt. Dann hier noch die zwei. Da haben wir jetzt bis Ende des Jahres, äh, Vorrat, weil wir haben noch welche im, äh, im Teller. Noch hier für Sport. Noch hier, äh, äh, 0% Aluminiumselze. Clean, frisch. Frisch. Was das? Ja. Und jetzt kommen meine. Ich hab noch zwei für mich. Kann man verschiedene nehmen, entweder man oder normales für Frauen. Zwei, äh, mit Kokos. Ich hab die auch in Rollon, äh, äh, diese kleine Rollon-Dinger. Aber Spray ist besser für den Sommer. Oder auch sonst was, die auch noch. Dann, äh, äh, noch Gurken. Ohne Aluminiumselze wieder grüner Tee und Gurkenduft. Auch. Und Sommerbrise. Ja, 29 Cent. Was will man mehr, ne? Und, äh, sonst. Achso, ich hab für die Beatrice, hat sie gebraucht, das. Doppelfasermaler, 10er, 10er Stück. Für 1,49, minus 10%. Verschiedenes, weil die Schule geht bald los, ne? Und da hab ich hier noch, achso, Batterien hab ich noch geholt für die Kinder. Weil manchmal brauchen sie welche für Spielzeug oder sonst was. Die Kleinchen für 79. Und für mich eine neue Anspitze für meinen Kajalstift, weil hab ich gebraucht. Ich fand meine andere nicht mehr. Und der war für 79 Cent. Ja. Achso, ich hab hier, ach, und hab ich fast vergessen. Der war auch für 59 Cent. Ist noch bis morgen. Von Katjes. Und noch für die Kinder. Zwei solche Hefte. Steht hier Coupons noch. Und noch hier. Äh, Stickers. Und ja. Und noch so ein Coupon. Von Oralby. Und ja. Äh, das war's dann von mir. Achso, ich war gestern mit Mama auch noch bei Teddy. Wollte ich euch noch kurz zeigen. Es sind ja nur 4 oder 5 Sachen. Zu 10 Cent. Außer eine, die Beatrice sich gewünscht hat. Für die Schule. Mal schauen, ob sie das alle Farben benutzen kann. Und zwar diese Tintenpatrone in verschiedenen Farben. Hatten die Freundinnen von ihr auch schon. Und sie hat, Mama, kannst du mir so eins kaufen? Hat sie immer gefragt. Und gestern hatte ich das bei, gestern oder vorgestern bei Teddy gesehen. Für 1 Euro. Und da sind 30 Stück drin. Dann bei Teddy noch von dieser Black.de. Gibt's bei uns manchmal verschiedene Produkte von dieser Black.de Shop. oder Einkaufsladen oder was weiß ich was. Grillzange 20 Prozent. Äh, 20 Zentimeter für 10 Cent. Wie ihr seht. Dann so eine Keksausstecher für Weihnachten. Merry Christmas für 10 Cent. Dann zwei Washi-Tap für die Kinder. Auch zu 10 Cent anstatt 2. Und dann statt eins Geburtstags-Tap. Braucht man immer. Wenn man Kinder hat. Und noch hier diese mit Eros. Oder sonst. Oder ja. Sonst was. Und ich schwitze. Ich muss mich abkühlen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Würde mich sehr freuen. Oder abonniert gerne meinen Kanal. So verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, Glocke aktivieren auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.